Die Betroffenen waren und wurden zum Teil mit Werken des 19. Jahrhunderts... Hierbei konnten 121 gerahmte und 1285 ungerahmte Werke, darunter solche berühmter Meister, beschlagnahmt werden. Unter anderem Arbeiten, Öl, Tusche, Bleistift, Aquarell, Lithographien, sonstige Drucke von Künstlern wie Max Liebermann und anderen. Of course, it was very emotional for me to see all the works of art and to recognize that they exist, but no comment to the value of the collection. Die Betroffenen Die Betroffenen